Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Erfolg Freiheit für Mumien und für diesen müssen wir Mumie, die Mumie in Königsruhe auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch befreien. Dazu sind wir jetzt einmal beim Endboss und zwar müssen wir diesen pullen und dann müssen jeweils ein Spieler auf einer Plattform stehen. Es gibt insgesamt zwei Plattformen, die sich auf der hinteren Seite des Raumes befinden und zwar immer dementsprechend hier in den Ecken oder Abkantungen. Das sind diese gelben Platten, wo unsere zwei Milis stehen. Ich weiß jetzt auch rückwirkend nicht, warum wir da Milis hingestellt haben, war nicht so clever. Und nach einer Weile gehen hier diese Lichter an, seht ihr, die da außen rum gehen. Und sobald diese Lichter einmal an sind, habt ihr eigentlich den Teil fürs Achievement erfüllt und habt quasi Mumie befreit und müsst dann nur noch den Boss umboxen. Es müssen wirklich aber einmal die Lichter außen rum alle an sein. Ich weiß nicht, ich habe die Mumie jetzt an sich hier nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber solange die Lichter an sein, seid ihr auf der sicheren Seite und bekommt dann auch das Achievement. Zumindest war es bei uns dann so der Fall. Ihr könnt natürlich clevererweise vielleicht hier zwei Ranges draufstellen und den Heiler im Bestfall. Und dann habt ihr es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ihr seht, hier hat es bei uns geklappt und die Lichter bleiben dann auch bis zum Ende an, wenn sie einmal komplett durchgelaufen sind. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.